So, zwei Mal nach, dann können wir Glücksrad drehen und dann hoffen wir, dass wir einen Hasen, ein Schwein oder Eisbären kriegen. Weil du gewonnen hast, oder was? Let's go! Boing, 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 boing. Alle Fällen dagegen. Ich bin wieder erster, ich bin wieder erster, so, so ein Ding ist das nehmlich gut. Aber, ich bin letzter, ich bin letzter. Oh, das war brillant von mir, brillant. Und ich bin wieder erster, ich bin wieder mal erster. Und rutsche hier in mein Ziel. Oh yeah, den habe ich aber brillant versetzt. Busch! So, wo ist Cyber? Pickfuß, Dumpel... Kein Cyber da! Cyber ist in der ersten Runde schon rausgeflogen. Ah, das ist ja unsere erste Runde. Zwei da, sehr gut. Knossi ist auch unterwegs. Knossi ist drin. Knut, Knut ist auch etwas unterwegs. Knut, Knut! Knut, Knut! Knut, Knut hat es nicht geschafft. Bob der Baumeister auch nicht. Oh, da ist aber ein richtig süßes Küken! Ein richtig süßes Küken ist da! Ein richtig süßes... Oh, da schon wieder. Aber diesmal nicht Finale, sondern diesmal mit 16 Leuten. Oha! Diesmal mit 16 Leuten, ja. Oh, guck dir mal das süßes Küken an! Guck dir mal das süßes Küken an! Nein, viel! Ich bin totgegangen, das kann ja auch nicht angehen! Was ein Schmutz! Das Küken hat mich zu sehr abgelenkt. Ich hoffe, das Küken gewinnt. Ah! Ich bin das allererste Mal vor dir rausgeflogen, ja. Das heißt hier H. So, wo ist Cyber? Da! Gucken wir mal, wie gut er ist. Ah, er ist auf jeden Fall letzter. Und letzter sein ist gar nicht gut. Letzter zu sein bringt dich nicht ins Ziel. Oh, er ist erster. Hallöchen! Anabrik! Was geht? Schieß! Deine Mütze war nicht. Die kann sogar wackeln. Können deine Ohren auch schlackern? Ich denke nicht. Meine Ohren können sogar blinken. Deine nicht. Wie geil! Schlackern, blinken und leuchten. Zalva hat schon wieder gewonnen. Zalva laufe ich jetzt ins Ziel, Mensch. Ich brech weg. Und das denn? Bist du nicht so eine Leuchte in der Birne? Zalva geh jetzt ins Ziel! Ich schlag dich gleich. Rein da! Deine Ohren sind geil. Anatomisch gesehen sind das meine Löffel. Nicht meine Ohren. Es sind Löffel. Wie laufen die Runden? Bot mäßig. Ich habe nur 25 Punkte dieses Mal gekriegt. Dann brauche ich auch noch eine Runde länger. Ja, das Spiel ist leider, 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 leider Bot verseucht. Deswegen habe ich letztes Jahr schon ausgemacht. Ja, gewonnen hat. Ja, gegen Bots. Zalva gegen Bots. Ja, warum sag ich denn Miau? Muck. 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 Macht ihr auch BD? Was heißt das? Sag mir, was das heißt. Sag mir, was das heißt. Oh, ich hasse dieses Wip-Level. Ich hasse das Wip-Level. Zalva. Zalva, schön die Balance halten, Zalva. Blockdash. Was ist das denn jetzt schon wieder? Hial. Ui. Ui. Zalva. Halt doch meine Hand. Ui. 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 Haha. Du Noob. Zalva kommst du nicht hoch oder was? Zalva. Ist ne Map Ja, aber ich kann doch die Map nicht beeinflussen Es kommt doch, was kommt Guck dir diese Bots an Guck dir das an Auch immer dieses Habe ich jetzt schon öfters gesagt Hier dieses Vorname mit nem Großen Buchstaben am Ende Hier, blanker D Blanker D Auch immer dieses Name und zwei Zahlen Auch jedes Mal ein Bot Also Name und zwei Zahlen Bot Stumple Guy Bot Vorname mit nem Nachname am Ende Groß Bot Das sind alles Bots Ja, machen wir, wenn der Pass durch ist Du verstehst den Salver? Ich versteh den nicht Doch, du kannst ja Privatlobbys machen Ja, das weiß ich ja, aber Privatlobby Dann wär ich ja nur gegen Salver Das ist ja auch Schmutz Eins gegen eins Vier Zahlen meinst du? Nein, zwei Zahlen Dieses Popper 78 Dieses Popper 78 zum Beispiel Oder hier dieser Coolie 08 Zum Beispiel Ja, Stumple Guy ist sowieso Mit vier Zahlen Das ist Bots Aber ich mein hier diese anderen Funny mit nem T am Ende Das sind alles Bots Alles Bots Wo du hinguckst Wohin dein Auge reicht Alles Botty Motti Oh Shit Ich bin so dumm Ah ja, stimmt Nee, fühlt sich auch mit Bots Nee, die Ja, die privaten Runden Kannst du mit Bots Voll Ja, aber ich will ja keine Bots Soll ich mitmachen? Kannst du Habe ich ja nie verboten Komm, ich mach ein bisschen mit Habe ich nie verboten Sonst würde ich ja die Nummer Ähm, nicht öffentlich zeigen Zum Beispiel Dann würde ich die ja verdecken Oder so Aber wir haben heute Abend Haben wir schon Drei, vier Leute gesehen Das waren echt echte Menschen Also drei, vier Leute Haben Wirklich mitgemacht Also du erkennst das Wenn die zum Beispiel So ne Spur haben Weil Bots haben hinter sich Keine Spur Also diese Fußspuren Das haben Bots zum Beispiel nicht Also wenn da einer rumrennt Mit nem Mit 2023 oder so Ah, da kommst du nicht hoch 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 Wo ist Cyber eigentlich? Cyber tut? Cyber ist tot Dann können wir gehen Der 9 oder sie ist Echt Echt Da war niemand echt Wo kann man das denn machen? Ich will auch solche Fußspuren Wie entsperre ich denn sowas? Also die, die sowas Oh, ich will Müllchen haben Die will ich haben Manche haben auch dieses hier Ah, dann quetschen die Aha Und für dich auch nicht Du kriegst Du bist ja der erste Der die Möhre kriegt Ist für dich auch nicht ekelhaft Und Cyber steht drauf Guck mal da Alles echte Spieler Die, diese Hier, GG Echter Spieler Jawoll Da, ein echter Spieler Dieser goldene Und jetzt rutschen 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 Endlich mal ein paar echte Spieler hier Luis, der ist Pro Hier Messi Auch mit dabei Auch ein Pro Hier Hector Warum hat der einen roten Namen? Warum ist der rot? Warum hat der einen roten Namen? Darf ich wenigstens die Möhre aussuchen? Für dich oder für ihn dann hinterher? Ihr teilt euch an der Möhre Ist ein Hack Also ich verstehe gar nicht Warum man bei so einem Spiel Hacken muss Kann man es nicht leiden Wenn man verliert Auch bei Fallguys Die Leute die da rumschweben Und so Kann ich nicht verstehen Normalerweise sind wir das Content Creator Emanuel Kant Rüber da Rüber da Oh shit So Wer geht weiter? Okay Ich spring hier hin Uh ja Hier Leute Hier Okay Let's go Alle springen so höher Auf die letzte Wett verzichtet Ah guck mal Echtes Spiel da raus Schmutz Aber viele hacken Und gibt sich das halt Als Content Creator Ja aber viele hacken auch Um zu gewinnen Und was haben sie dann davon? Das macht doch gar keinen Spaß Wenn du dann einfach Ein Ziel fliegen tust Oder so Oder auch bei Fortnite Zum Beispiel Wenn du Ähm Außerhalb der Zone stehen kannst Das macht doch gar keinen Sinn Das ist Dieser Hack Dieser Hack Also Du fuckst hier eigentlich nur Andere Leute damit ab Och ich bin so dumm Ja verstehe auch nicht Ja einfach nur um andere Leute abzufacken Eigentlich Zahl war ich hab verloren Hast du das gesehen? Ich bin genauso dumm Wie der eine da gerade Ich hab Zyber genau im Blick Zyber versucht auch wieder Leute abzufacken Haha Haha Beide runter Nur noch er Ja wenn raus ist Dann ist raus So wie weit bist du? Go Samba Dann war's weg Oh ich darf drehen Jetzt gönn Gönn mir ein Schwein Ein Eisbären Oder ein Hasen Aber ein Hasen glaube ich Gibt's nicht hier An diesen So wie ich denke Robin Hood Robin Hood Ich glaub den nimm ich War Robin Hood sieht cool aus Glaub ich Ich glaub den Hasen gibt's ja auch gar nicht Hier bei diesen Standard Skins Oder Genau Den will ich haben Oh ich will den haben Ich will Ich will Ich will Ich will Ich will Haben 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 Meins 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 Wer ist das denn Ist das ein Schwein Ist das ein Schwein Das ist ein Schwein Wie wir natürlich Noch so ein Noch so ein Fuchs Ah hier die ganzen roten ey Okay Nur eine Runde Auf dem Bild war aber was anderes Was hat denn Das habe ich gar nicht ausgesucht Hä Hä Cybert das habe ich gar nicht ausgesucht Cybert gibt mal Robben leider Toll, jetzt kommen wir, äh? Dann habe ich ein Spiel nur rausgenommen, oder was? Ja, okay, dann können wir das ja beenden. Zyber, wollen wir runter springen? Gibt es ja eh keine Belohnung. Zyber, wollen wir runter springen? Wollen wir in den Tod sterben? Zyber? Zyber, wollen wir runter springen? Spring in den Tod, Zyber. Warum hat Zyber überregend ein Schwein? Zyber, wollen wir in den Tod springen? Ich lebe noch nicht. Hände gewaschen. Erst Hände waschen. Damit die Möhre, wir wollen ja nicht allzu eklig sein, ne? Erstmal Hände waschen. Und dann die Möhre einführen. Boah, ein bisschen noch ein Schwein, Zyber. Hast du das eben auch gestreamt? Oder wie kommst du, dass du hier bist? Keine Zeit für seine Waschen. Fühl ich. Oh, ich bin hier ganz vorne, Zyber. Guck dir das an, ich bin so gut. So, mehr meine ich. Ich habe jetzt schon gut ein paar Füller gemacht. Oh, gut. Alles klar, Leute. Du Schwein, du bist runtergefallen. Leider gibt es keine Krone dafür. Schade. Ja, streamen wir das jeden Tag. Gott, und wie lange? Eine Stunde. Sag mir, dass du das nur eine Stunde spielst. Warum steht hier eine Eins? Oh, kostenlos. Oh nein, ich habe Zyber gekriegt, den Italiener. Zyber, den Italiener. Warum habe ich dann Zyber gekriegt? Nö. Okay. Ich spiele Zyber, den Italiener. Ich spiele Zyber, den Italiener.